Muss es denn immer gleich eine Agentur sein? Ganz klar, nein. Es sollte sogar nicht, gar nicht immer gleich eine Agentur sein. Und ich sehe viel zu oft, selbstständige Unternehmer, die vielleicht gerade noch ein bisschen am Anfang sind, die noch kein großes Team haben, die sich noch nicht was aufgebaut haben, wo das Produkt oder die Dienstleistung noch gar nicht so im Markt etabliert ist, sehe ich viel zu häufig, dass sie sich zu früh eine Agentur holen, weil sie einfach die Abkürzungen ein bisschen nehmen wollen. Vielleicht bist du auch in einer ähnlichen Situation, dass du denkst, ja, wir können eigentlich mehr oder ich brauche Mitarbeiter, ich suche Kunden, ich würde gerne, dass mehr Leute davon erfahren. Ich glaube, ich hole mir eine Agentur, dann machen die das, dann habe ich da auch gar keinen Stress mit, brauche mich da nicht drum kümmern und dann klappt das auch alles gleich viel besser. Teile davon stimmen sicherlich auch durch die Erfahrung, die viele Agenturen haben. Es ist sicherlich für uns Agenturen einfacher, die Ergebnisse schneller zu erzielen, weil wir schon Trial and Error mäßig wissen, was funktioniert oder was funktioniert nicht. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass, wenn du noch recht am Anfang stehst, dann ist halt auch da wieder die Frage, wo drin solltest du am Anfang deine Zeit und dein Geld investieren. Und wenn du noch nicht so viel Budget hast, und da meine ich jetzt zum Beispiel vierstellig, wenn du sagst, ich kann für Neukunden oder für Mitarbeiter 1.000 Euro im Monat, da wird es schon schwierig, dann solltest du dir keine Agentur holen, weil A, wirst du für dieses Budget mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Agentur finden und wenn, dann wird es nicht ausreichen, um damit so viel zu machen, dass du wirklich spürbar Mitarbeiter und Neukunden gewinnst. Auch wir in der Agentur haben ein Paket, was durchaus sogar noch ein bisschen günstiger ist, wo es aber darum geht, eine Grundsichtbarkeit einfach darzustellen und einfach Vertrauen so ein bisschen aufzubauen, wenn Leute auf das Profil kommen. Wenn du jetzt am Anfang bist und das Telefonat hatte ich heute und deswegen auch das Video, weil ich gesagt habe, okay, darüber möchte ich eigentlich mal sprechen und die Gedanken und Erfahrungen so ein bisschen dazu teilen, da ist es so, dass ein Betrieb, ein Landschaftsbaubetrieb ist eine Person, hat sich jetzt selbstständig gemacht, was ich jedes Mal wieder richtig, richtig cool finde. Ich weiß auch noch bei mir vor circa fünf Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, ja, wie das Gefühl, ja, dieses Loslegen und dieser Antrieb und wenn man was aufbaut und so, das ist wirklich richtig toll und irgendwann kommt man dann an den Punkt, dass man merkt, jetzt wird es irgendwie zu viel, ja, man kommt nicht mehr gegen an, man müsste irgendwie was abgeben, man weiß aber gar nicht so richtig was als erstes und da gibt es natürlich auch so ein paar Tipps, sage ich mal, obwohl ich jetzt kein Unternehmensberater habe, da meine eigenen Erfahrungen gemacht und habe mich da auch beraten lassen, aber was ich auf jeden Fall als Tipp geben kann ist, dass es leider trotzdem noch so ist an dieser Stelle, dass du viele Sachen selber lernen solltest, ja. Und wir haben dann telefoniert, es ging um Mitarbeitergewinnung, ich habe ihm offen und ehrlich gesagt, dass das eigentlich noch zu früh ist, deine Agentur einzuschalten, dass er wesentlich mehr Budget dafür bräuchte, was jetzt gerade, ja, nicht so richtig gut ist und habe dann gesagt, pass auf, wir haben auch ein kleines Schulungsprogramm, wo wir sowohl Mitarbeitern in großen Betrieben als auch kleineren Betrieben quasi helfen, ja, diese Sachen letztendlich zu machen, ja, diese Sachen zu lernen und der große Vorteil ist einfach, dass man nach ein paar Monaten, wenn man die Sachen selber gelernt hat, dass man sein zur Verfügung stehendes Budget anders einsetzt, sich erst mal die Fähigkeiten selber aneignet und wenn man die Fähigkeiten dann hat, dann sagt, okay, jetzt kann ich das Budget, was ich dafür investiert habe, kann ich jetzt rein zum Beispiel für Werbebudget bei Facebook, Instagram und Co. verwenden, habe dadurch viel mehr Output, ja, habe dadurch viel mehr Reichweite, habe meine Chance auf eine Bewerbung, auf Neukunden, auf eine Neukundin wesentlich mehr gesteigert und ich kann es zu jeder Zeit selber anwenden, weil das ist halt einfach das Schöne, dass man zu jeder Zeit, egal in welcher Situation, selber sagen kann, okay, vielleicht schalte ich da nochmal eine Werbeanzweige zu, vielleicht probiere ich da mal was aus, weil man das Grundverständnis dafür einfach entwickelt hat und wir als Agentur können in dem Fall einfach nicht so richtig helfen, wir können aber unser Wissen zur Verfügung stellen und da dann zum Beispiel auch, je nach Umfang, je nach Paket, je nach Betreuung durch zum Beispiel WhatsApp-Service das dann mit Simon, der bei uns in der Agentur für unsere Kunden jeden Tag nur Ads schaltet, ja, können wir dann zum Beispiel noch Rückfragen klären, Fragen beantworten, sodass man quasi selber erstmal starten kann und das, finde ich, sollte auch der richtige Weg letztendlich sein. Genauso haben wir es auch gemacht, ja, wir starten jetzt gemeinsam, unterstützen einfach ein bisschen, das ist nicht unser Hauptkern, ja, aber das Wissen haben wir und so können wir das, ja, gut für beide Seiten letztendlich einbringen und das ist auch mein Tipp, wenn du selber an dieser Stelle sein solltest, dass du die Sachen erstmal selber lernst und dann abgibst. Ich selber habe es die letzten Jahre eigentlich bei allem in der Agentur auch so gemacht, ja, ich habe erst selber angefangen zu fotografieren, zu filmen, als das dann geklappt hat. Ich habe früher die Beiträge für meine Kunden damals für Facebook, alle geschrieben, Instagram war da noch gar nicht so, voll krass, ja, habe das alles selber gemacht, habe dann irgendwann gemerkt, okay, das wird zu viel, dann kam die erste Mitarbeiterin dazu, die hat dann das Fotografieren und Beiträge überschreiben, Beiträge schreiben übernommen, da habe ich noch selber gefilmt, dann kam irgendwann, glaube ich, die zweite Mitarbeiterin, die dann auch diese Sachen gemacht hat, dann kam irgendwann Frederik, unser Videograf, der dann die Sachen auch gefilmt hat, dann habe ich nur noch Buchhaltung und diese ganzen Sachen selber gemacht und dann kam irgendwann, Simon hat sich um Ads geschaltet und Christina, die jetzt Buchhaltung macht und sowas und so ist das halt peu a peu, peu gewachsen und ich denke, jeder Selbstständige, der von Null auf gegründet hat, der wird auf jeden Fall diese Sachen kennen und wird mir mit hoher Wahrscheinlichkeit da auch zustimmen. So, das heißt, wenn du an diesem Punkt sein solltest, vielleicht folgst du uns auch schon länger, vielleicht folgst du mir auch schon länger, vielleicht sagst du auch, ja, das ist irgendwie ganz cool, aber ich glaube, ich kann mir das nicht leisten oder so, ja, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden und wir, ich und wir wollen immer schauen, dass wir nach unseren Möglichkeiten den Menschen natürlich auch helfen und das machen wir auch in der Form, ja, willst du nicht auf der Webseite oder irgendwas finden, aber du kannst mir einfach mal schreiben bei Instagram, per WhatsApp, eine E-Mail, kannst anrufen, kannst eine Kontaktformule ausfüllen, alle Möglichkeiten, die es so gibt und dann kann ich dir das einfach mal zeigen, wie das so aussehen könnte und ob das dann eventuell passender für dich ist. Das Schöne ist dann, wenn man das dann selber gelernt hat, wenn man selber damit angefangen hat, die ersten Erfolge hat, die ersten Neukunden da sind, die Mitarbeiter da sind und man selber verstanden hat, was eigentlich im Hintergrund alles gemacht werden muss, dann kann man auch viel besser einschätzen, was eine Agentur letztendlich in der laufenden Betreuung dann macht und für einen übernimmt und das ist auch für beide Seiten wesentlich besser wieder, weil du dann auch viel mehr auswerten kannst, was die Agentur da dann überhaupt macht. Also, solltest du daran Interesse haben, melde dich gerne einfach jederzeit und dann stelle ich dir das gerne mal vor. Also, ich wünsche dir bis dahin, wie immer, viel Spaß und eine erfolgreiche Restwoche. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben, wenn du mehr über Social Media Marketing, über Marketing allgemein, Video Marketing und vor allen Dingen auch Vertrauen bei deiner Zielgruppe aufbauen. Wenn du darüber mehr erfahren willst, abonniere auch sehr gerne den Kanal und wenn du es nicht jetzt gerade schon gemacht hast, hör auch mal in den Podcast rein bei Spotify, also unzählige Möglichkeiten, ganz viel Gratis-Content letztendlich auch von uns zu konsumieren und aufzusaugen. Ich würde mich riesig freuen, vielleicht bis bald, bis dahin, ciao.